Die Reihe kein Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt Betreuter Bürgerkrieg gegen Syrien Warum wir dieses Mal für Islamisten sein müssen und die Russen mal wieder die Bösen sind So wird es einem jeden Tag im Fernsehen und von der Zeitung erzählt. Der Bürgerkrieg in Syrien besteht darin, dass eine Regierung mit Waffengewalt gegen ihr Volk zuschlägt und die Aufständischen schon allein deswegen politisch und vor allem auch moralisch schwer im Recht sind. Das ist eine von keinerlei Kenntnissen über die politischen und ökonomischen Verhältnisse in dieser Arabischen Republik getrübte Parteilichkeit, die natürlich, rein zufällig, ziemlich deckungsgleich ist mit den Positionen der NATO-Regierungen und ihren Partnern unter den Monarchien und Emiraten im Nahen Osten. Und diese Parteilichkeit lässt sich auch nicht durch die gelegentlich nachzulesenden historischen Informationen verunsichern. So etwa, dass Vater Assad durchaus mit Zustimmung der westlichen Staatengemeinde in früheren Jahren gegen aufständische Islamisten in seinem Land äußerst brutal vorging. Das hat nicht dazu geführt, dass dem syrischen Regime von außen die Machtfrage gestellt und offen ein Regime-Change gefordert oder gar eine bewaffnete Opposition auf- und ausgerüstet worden ist. Im Gegenteil. Bush Senior gliederte Syrien in seine Koalition der Willigen für den ersten Irakkrieg ein. Deutsche Außenminister, zuletzt Steinmeier, sprachen in Damaskus vor und selbst im Dauerkonflikt zwischen Syrien und Israel wegen der Golanhöhen ergriff der Westen nicht so umstandslos Partei für Israel. Es scheint der syrischen Regierung nicht zu gelingen, gestützt auf ihre Armee und Polizei und die Loyalität der Parteimitglieder, den Aufruhr zu brechen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Wie selbstverständlich geht man hierzulande davon aus, dass uns die Zukunft Syriens angeht. Und die Berichterstattung kümmert sich darum, dass die vorab verstehende Festlegung von Freund und Feind immer neu vorgeführt und bebildert wird. Monatelang wird der Eindruck vermittelt, die syrische Armee schieße grundlos auf friedliche Demonstranten. Wie erklärt man dann die nicht zu übersehende Tatsache, dass Massenaufmärsche, in deren Rahmen Polizeistationen gestürmt und Staatsdiener gelüncht werden, nicht ganz dasselbe wie deutsche Montagsdemonstrationen sind, dass manche von den friedlichen Demonstranten also wohl bewaffnet gewesen sein müssen? Die Bewaffnung der Aufständischen sowie die von ihnen ausgeübte Gewalt, so die hiesige Propaganda, sei nur die verzweifelte und empörte Reaktion auf das unerschüttert festgehaltene grundlose Morden des Regimes. Viele von ihnen seien Überläufe aus Assads Armee, die es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren konnten, auf Landsleute zu schießen. Und sie hätten zweckmäßigerweise ihre Waffen gleich mitgebracht, um jetzt damit die richtigen umzubringen. Dann gibt es Bilder von Kampfhubschraubern und Flugzeugen der Regierung, die Stadtteile bombardieren. Die Bilder, die für sich sprechen sollen, tun es nicht. Es braucht schon noch die Klarstellung, wer sich hier an unschuldigen Zivilisten vergeht. In diesem Fall sind die Bilder so zu verstehen, dass die syrische Regierung wahllos Wohnviertel bombardiert, weil sie gar nicht die Aufständischen, sondern möglichst viele Leute töten will. Die Aufständischen, die sich an der Schießerei heftig beteiligen, hat es wohl ganz zufällig dorthin verschlagen. In anderen Kriegen, mit anderen Parteilichkeiten, richtet sich der Vorwurf an die Kräfte, die sich in Wohngebieten verschanzen und die Einwohner als lebende Schutzschilde benutzen. Nach einem Jahr erfährt das Publikum, dass ausländische Kämpfer und angeheuerte Islamisten an vorderster Front im Bürgerkrieg stehen und zusammen mit ihren Waffen ihren Dschihad, also den Heiligen Krieg, nach Syrien tragen. Das ist nach Auskunft unserer Medien nicht schön. Man weiß ja, Al-Qaida und so. Kann aber die grundsätzliche Sortierung in Freund und Feind nicht erschüttern. Auch hier gilt, es handelt sich um die Reaktion auf eine Regierung, die grundlos ihre Volksbasis ermordet. Und da ist dann sogar der islamistische Umsturzwille verständlich. Und Hilfe für die vorerst noch unterlegenen Guten von der Freien Syrischen Armee ist aus jeder Richtung willkommen. Wenn dann auch von den Anti-Assad-Kräften Massaker und Menschenrechtsverletzungen ruchbar werden, dann stellen die Gräuel die Bürgerkriegsparteien nicht etwa moralisch auf dieselbe Stufe, sondern beweisen nur, wie weit die Verrohung sogar der Guten durch den Freiheitskampf gediehen ist, den ihn das Regime aufgezwungen hat. Bei ihnen ist Bestialität Ausdruck unbeherrschter Wut, die sich in jahrelanger Unterdrückung aufgestaut hat. Sogar dann, wenn die Täter gar nicht aus Syrien stammen. Beim Assad-Regime ist dasselbe Ausdruck seines grundsätzlich bösen Charakters. Inzwischen häufen sich Berichte, die nicht nur vom Kampf der Syrer gegen den Unterdrücker, sondern von einem Stellvertreterkrieg auf syrischen Boden erzählen. Den führen erstens die um regionale Vormacht ringenden Nachbarstaaten Saudi-Arabien und Iran, zweitens die Weltmächte USA gegen Russland und China. Das Volk, gerade noch Subjekt der Arabillion, ist jetzt bloß noch Manövriermasse und Leidtragender einer globalen Machtkonkurrenz. An der Verurteilung Assads ändert das aber gar nichts. Er hat, wieder im Interesse der unschuldigen Zivilbevölkerung, umso schneller das Feld zu räumen, damit der Konflikt der Weltmächte beigelegt werden und Frieden einkehren kann. Neben der moralischen Bewertung der Kriegsparteien sorgt die Presse dafür, dass das Publikum die Ablenkungsmanöver des Regimes durchschaut. Von Assad und seiner Mannschaft erfährt man, dass sie die Unzufriedenheit durch Reformen zu besänftigen versuchen. Ob die Veränderungen die angebliche syrische Sehnsucht nach demokratischer Regierung stillen oder der verbreiteten Armut abhelfen könnten, das wird von westlichen Kommentatoren gar nicht erst einer Beurteilung für Wert befunden. Man entlarvt Assads Reformen als Scheinzugeständnisse, um sich an der Macht zu halten. Die ganze westliche Öffentlichkeit präsentiert sich so als Auftraggeber des Aufstands. Sie buchstabiert den syrischen Rebellen vor, mit welchem Resultat ihres Aufstands sie zufrieden wären und welches Ergebnis gar nicht in Frage kommt. Wen der syrische Staatspräsident womit und bei was überhaupt stört und was uns das alles angeht, braucht der deutsche Leser gar nicht zu wissen, wenn er nur weiß, auf welcher Seite er steht. Das ist politisch korrekt, intellektuell jedoch eine Schande. Vor lauter parteilicher Unterscheidungsmanie gerät völlig aus dem Blick, worin sich die Gegner gar nicht unterscheiden. Sie führen Krieg um das Gewaltmonopol des syrischen Staates und dafür wenden sie alle ihnen verfügbare Gewalt an. Der wirkliche Unterschied zwischen ihnen ist dann der, der sich aus der Durchschlagskraft ihrer Waffen ergibt. Neben der täglichen Schulung in Parteilichkeit klären die Medien auch ganz ungeniert über die äußeren Interessenten auf, die das Gemetzel anstachen und ausrüsten. Man kann durchaus erfahren, welche großen und kleineren Staaten und militante NGOs da engagiert sind und es gibt auch Hinweise, welche Interessen und Absichten sie dabei verfolgen. Die USA und ihr waffenstarrender engster Verbündeter vor Ort Israel wollen schlicht und erklärtermaßen den Untergang von Assad Syrien, wollen den Präsidenten also weghaben, tot oder lebendig. Er stört sie bei ihren Ordnungsvorstellungen für den Nahen Osten. Assad unterstützt mit Hisbullah und Hamas Terroristen im Libanon in Gaza und, nicht zuletzt, er unterhält gute Beziehungen zum Iran, den man ja notfalls auch demnächst mit einem Krieg fertig machen will. Saudi-Arabien und die Golf-Emirate finanzieren im großen Stil die bewaffnete Opposition gegen Assad, machen Propaganda über Fernseh- und Radiosender und lassen sich von den USA zu einer arabischen Gegenmacht gegen den Iran auf- und ausbauen. Die Türkei, die ebenso Ambitionen auf eine regionale Großmachtposition verfolgt, bietet den Aufständischen auf ihrem Territorium ein Rückzugs- und Aufmarschgebiet und nimmt die staatliche syrische Gegenwehr zum Anlass, selbst militärisch in den Konflikt einzugreifen. Russland will sich keinesfalls durch den Sturzersatz endgültig aus dieser Weltgegend ausmischen lassen und übt deshalb bedingt Loyalität zum traditionellen Bündnispartner, ist daran interessiert, dass der weiterkämpfen kann. Und China verweigert zusammen mit Russland einen gemeinsamen Beschluss im UN-Sicherheitsrat. Dass sie dabei als Verhinderer einer Friedenslösung angeprangert werden, ist ihnen egal, denn sie wissen, dass es um etwas anderes geht. Amerika will alle anderen Mächte auf seine Position festlegen und seinen Weltführungsanspruch untermauern. Das machen die, die auf dieser hohen Ebene mit den USA konkurrieren, schlicht und einfach nicht mit. So wird der demokratisch mündige Bürger in der freien westlichen Welt mit kühlen strategischen und militärischen Kalkülen vertraut gemacht, für die das Blutvergießen in Syrien gut oder schädlich sein soll. Spätestens hier könnte und müsste ihm klar werden, wie verfehlt die Einteilerei, wer sind die Guten, wer sind die Bösen ist. Hier werden an Syrien und unter Benutzung Syriens Entscheidungsfragen, die die Weltordnung betreffen, zwischen mittleren und großen Mächten ausgefochten. Und eines steht da mal fest. Darüber, dass währenddessen in Syrien die Leute krepieren, regen die sich garantiert nicht auf. Untertitelung des ZDF füruchen! hier verheirten, unsere Blutze für foniven sind für eine große Schmerz. Hier davon betreffen,